Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute schauen wir uns mal drei Wasserstoffaktien an, die ich persönlich sehr, sehr gut aufgestellt finde für die Zukunft. Natürlich ist es so ein kleiner Zock auf die Zukunft, welche der Aktien oder welche der Unternehmen setzt sich durch. Setzt sich vielleicht hier der Gesamtsektor durch oder verpufft auch wieder alles. Das Ganze ist natürlich die Glaskugel, aber wir schauen uns jetzt mal heute so meine Top 3 an, die ich für euch dabei habe und ich bin danach natürlich auch mega gespannt auf eure Kommentare, was ihr persönlich sagt. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben und wenn euch mein Video und mein Kanal gefällt, dann drückt doch jetzt hier oben gerne den Abo-Button, lasst noch einen Daumen nach oben da, damit ihr mich unterstützt und dann würde ich auch sagen, wir starten schon direkt mit dem Video und schauen uns jetzt Aktie Nummer 1 an. Ja und die erste Aktie, die ich für euch dabei habe, ich glaube, das war vielen klar, dass ich sie hier mit an Bord habe, ist natürlich Nell. Sie sind ja auch im Bereich des grünen Wasserstoffs unterwegs. Nell mittlerweile wieder mit einer recht guten Performance. Wir schauen uns jetzt auch mal zuerst die Entwicklung auf ein Jahr an und auch da sehen wir, dass wir uns von den Tiefs, wir sehen hier auch die W-Formation, wir konnten hier wieder ausbrechen aus dieser Formation, sind von Kursen von 1,01 Euro hergekommen, stehen wieder bei 1,24 Euro, also wir haben hier wirklich so einen kleinen Ausbruch geschafft und das Ganze auch über die 50-Tage-Linie, die im Bereich vom 1,15 Euro aktuell verläuft. Nächster Widerstand wären jetzt hier ganz klar die 1,30 Euro, also die langfristige 200-Tage-Linie, die man hier knacken muss. Auch heute wieder ein Tagesplus von über 2,2 Prozent. Absolutes Jahreshoch aktuell bei 1,70 Euro. Und wenn wir uns jetzt mal so den 5- bzw. 10-Jahres-Chart anschauen, vor 10 Jahren bzw. ja vor gut 6, 7 Jahren, wo die Aktie in die Börse gekommen ist, hatten wir hier noch 27 Cent zu Buche stehen. Also wir haben jetzt schon ein Vielfaches des Kurses erreicht. Das darf man immer nicht vergessen, wo wir von der Reise herkommen. Und wenn wir uns dann schauen, dass wir das absolute Top waren, hier 3,32 Euro, da sind wir natürlich mehr als 160 Prozent ungefähr entfernt. Das heißt, wir haben hier noch einen langen, langen Weg. Auch das Thema Wasserstoff wird uns in Zukunft, glaube ich, begleiten. Ich persönlich sehe Wasserstoff gerade im Transportsektor oder hier auch in den Schwerlasttransporten sehr, sehr weit vorne, einfach aufgrund der Reichweiten, die hier generiert werden können. Also ich bin wirklich gespannt und sehe Nell auch mit den ganzen Anfragen bzw. mit den ganzen Möglichkeiten, was hier entsteht, in Europa sehr, sehr weit vorne. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich von Nell denkt. Dann springen wir schon direkt weiter zu Aktien Nummer 2 hier im Wasserstoffsektor, die ich für euch dabei habe, länger nicht mehr auf meinem Kanal dabei gewesen, Ballad Power Systems. Sie sind hier auch wirklich ein bisschen abgetaucht. Wir schauen uns hier gerade schon den 5-Jahres-Chart an. Da sehen wir, wir kommen von Kursen von 2,15 Euro her. Aktueller Kurs 4,24 Euro. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Jahressicht anschauen, dann sieht es ja schon noch ein bisschen düsterer aus, wie bei Nell aktuell. Wir hatten hier einen Jahreshoch von 8,72 Euro, also nur noch ungefähr die Hälfte wert. Wir haben es hier aber auch wieder jüngst geschafft, über die 50-Tage-Linie zu kommen, die so bei 4,09 Euro aktuell verläuft. Auch hier ist es gerade so eine ganz, ganz wichtige Marke, die erstmal halten muss. Sollte man uns hier weiter absetzen können von den 4,09 Euro, dann wäre der Weg jetzt frei in Richtung des nächsten Widerstands, hier bei 4,89 Euro an der 200-Tage-Linie. Also auch hier pendeln wir gerade so zwischen 50 und 200-Tage-Linie. Absolutes Jahrestief bei 3,76 Euro. Und wenn wir uns auch hier mal den 10-Jahres-Chart anschauen, müssen wir auch hier sehen, wir kommen 2013 ungefähr von knapp 92 Cent her. Hatten hier in der Spitze natürlich schon Kurse von über 30 Euro. Also auch da war es schon mal ein Vielfaches. Hier war natürlich auch viel so das Hype-Thema Wasserstoff in dem Jahr, ja so um die Jahre 2021, hat es die ganzen Wasserstoff-Aktien ein bisschen hochgehypt. Man ist wieder auf die, ich sag mal, Normalität zurückgekehrt. Aber ich sehe auch Ballard Power hier sehr, sehr weit vorne mit. Ich bin auch mal wirklich gespannt, welche der drei Titel, die ich heute für euch dabei habe, das Rennen macht oder vielleicht auch ein oder zwei der Aktien. Wie gesagt, und man hat hier auch wirklich einen, ja, und das schauen wir uns jetzt noch an, eine Fertigungstechnologie, die die Aktie jetzt so ein bisschen durchstarten lassen hat. Und zwar hat man hier die Produktionssteigerung und die Kostensenkung bei Bipolarplatten der nächsten Generation angekündigt. Und das ist natürlich hier auch ein sehr, sehr positiver Punkt, weil Ballard Power hatte hier eben in der Vergangenheit mit, ja, einfach mit den Margen zu kämpfen. Und da ist gerade das Thema Kostensenkung kam hier sehr, sehr gut an. Und auch das Thema natürlich, dass man das Ganze hier günstiger fertigen kann, hat hier den Kurs auch zeitweise mal hochsteigen lassen. Wie gesagt, und wir halten uns auch aktuell über der 50-Tage-Linie. Auch hier bin ich jetzt gespannt, was ihr zu Ballard Power unten reinschreibt. Und dann springen wir auch schon direkt weiter zur dritten und letzten Aktie, die ich für euch heute mit an Bord habe. Und auch da, glaube ich, habt ihr vielleicht schon eine Vorahnung. Es geht um Plug Power. Aber Plug Power hat jetzt wieder einen sehr starken Anstieg. Hier schaut es mittlerweile wieder recht gut aus. Wir haben heute allein einen Anstieg von über 6,5 Prozent, haben hier 11,51 Euro stehen. Und jetzt haben wir hier sogar geschafft, Richtung Widerstand anzuditchen, sage ich mal. Der steht bei 11,82 Euro. Wir konnten uns hier von der 50-Tage-Linie schon deutlich lösen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was so die kommenden Tage, also hier in der kommenden Woche, die Aktie macht. Schaffen wir es über den Widerstand und bleibt das Ganze nachhaltig? Dann kann es nochmal weiter vorwärts gehen. Denn sollte der Kurs jetzt hier abprallen an der Linie, dann kann es hier wieder bis zur 50-Tage-Linie nach unten gehen. Aktuelles Jahrestief bei 6,89 Euro, Jahreshoch bei 30 Euro, also noch gut ein Drittel wert zuvor, knapp einem Jahr. Und wie gesagt, man ist jetzt aber wieder auf einem guten Weg. Die Aktie hat sich fast verdoppelt innerhalb der letzten, ja gut drei Monate, also seit Mai. Und somit, wie gesagt, hier wieder auf Kurs und auch Plug Power ist hier, was die Auftragsbestände begeht, sehr, sehr gut unterwegs. Sind ja hier auch im Bereich grünen Wasserstoff unterwegs. Und wie gesagt, auch Plug Power für mich eine der Wachstumsaktien hier im Wasserstoffbereich, die für mich Potenzial für die Zukunft haben. Natürlich, und da spreche ich jetzt auch für alle drei Aktien, wir werden bei allen drei Unternehmen eine starke Volatilität durchmachen müssen, auch für diejenigen, die investiert sind. Da muss man, glaube ich, wenn man daran glaubt, durchhalten. Man hat hier einfach eine starke Volatilität. Wir sind in einem Markt unterwegs, also in einem Wachstumsmarkt, der noch schwierig absehbar ist, wo wir landen. Und somit muss man, glaube ich, da auch mit der Volatilität rechnen. Hat aber im Umkehrschluss vielleicht auch hier höhere Renditewahrscheinlichkeiten, wenn das Ganze aufgeht und durchgeht. Ich bin gespannt, bleibt für euch bei allen drei Aktien wirklich sehr, sehr gern mit an Bord. Fieber da auch so ein bisschen mit drauf hin. Und schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was eure Top-Wasserstoff-Aktien sind oder vielleicht welchen Sektor ihr ganz weit vorne seht. Bin ich mega gespannt. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gern einen Daumen nach oben da. Drückt noch den Abo-Button, damit ihr mich weiter unterstützt und natürlich auch kein Video mehr verpasst. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!